hallo meine lieben und willkommen zurück bei the first tree wie immer sind einige tage ins land gegangen und ich musste tatsächlich ein ganzes stück noch mal bis hierhin spielen der hat das nämlich nicht so gespeichert wie ich es mir gerne wünschte aber gut wenn ich das jetzt weiß schauen wir mal wie weit wir kommen eventuell spielen was sogar durch ist ja gar nicht so lang und ja ich glaube wir springen hier einfach mal dezent runter das ist eine neue welt würde ich eigentlich schon sagen wir verlassen jetzt scheinbar die grünen saftigen ebene und kommen in so eine steinige landschaft was bevor es jetzt losgeht ich habe mir ein paar gedanken gemacht und mir ist aufgefallen der fuchs kommt eigentlich noch ziemlich zu kurz also wir lernen den den mann komplett kennen wir buddeln ja auch immer erinnerungen aus aber was mit der füchsen hier ist die wir ja eigentlich spielen die ja scheinbar auf der suche nach ihren kleinen welpen ist wir haben ja ein es ist bei fuchs welpe also bei ihren kleinen fuchs babys eins haben wir ja schon gefunden aber wo sind die anderen also wir streifen denke ich mal hier drohen hier durch einfach um die zu finden warum sollten wir hier sonst rumlaufen und so eine lange reise eigentlich auf uns nehmen das ist ja schon über ein normales gebiet oder ein areal was man bewohnt schon darüber hinaus besonders mit hindernissen ohne wiederkehr also ich bin mal gespannt und ich weiß auch nicht jetzt gerade hatte ich die idee passt sich die region eigentlich dem mann an was er so zu erzählen hat aber tatsächlich würde ich jetzt sagen nein weil wir haben in der grünen ebene die ja eigentlich schön und ein land ist auch sehr tragische sachen gehört ja und ich weiß nicht ob nee ich würde sagen es passt sich nicht an aber gut wir machen jetzt mal weiter dieser fuchs ist nämlich unsterblich und äh ich meine what the fuck aber gut es ist hell hier okay es ist sehr sehr hell und wir haben eine neue erinnerung ich versuche wieder so gut es geht zu übersetzen wer englisch kann und es ihm einfach zu schnell geht der kann natürlich auch das video pausieren bis daher if there was some way i could take my love of drawing and turn it into a way of escape nothing would make me happier i wanted to create instead of tearing trees down i wanted to move to the lower 48 not because i hated it there in alaska but i hated the idea of it it's like all of that spite inside me i created this monster which followed me around my whole teenage years i put so much energy into doing what others didn't expect of me why did i do that there's one fact you're forgetting though if you didn't have that fire in you we probably would have never met you're absolutely right maybe the destination is all that matters in the end but then why am i awake why am i seeing this fox go on our journey and why can i stop thinking about my dad na toll äh das war jetzt ja also sinngemä- warte ich muss das mal ein bisschen leiser machen ich hab grad die musik sehr laut in den ohren die sehr schön ist aber mir gerade nicht hilft klar zu sprechen sinngemäß hat er gesagt also wenn ich es richtig verstanden habe er hat hier zeichnungen gemacht das sieht mehr aus wie ein wolf als wie ein fuchs das würde mir jetzt sehr gut gefallen ich liebe wölfe sinngemäß hat er gesagt wenn er das zeichnen aufgeben könnte um es besser zu haben oder um zu entkommen hätte ihn das glücklich gemacht weil halt die teenager zeit nicht einfach war und er wollte ich fand es jetzt gerade echt schwierig er wollte die lower 48 da wollte er hin aber nicht weil er alaska hasst sondern einfach die die idee wohl dahin zu gehen ich finde es gerade echt schwierig das war jetzt wieder so ein probebeispiel ich muss mich da erst wieder einfinden ähm am besten ihr pausiert das ganze und lest es euch noch mal in ruhe durch es ist eigentlich nicht so schwierig aber das alles jetzt so wieder wieder zu geben also ich interpretiere das jetzt so er hätte das zeichnen aufgegeben wenn es die möglichkeit gegeben hätte daraus besseres leben gehabt zu haben so sinngemäß und da war irgend so ein monster hat er erzählt dass er sich da so herangezüchtet hat wahrscheinlich so eine innere psychische geschichte die er da hat ähm im sinne von rebellion und sowas also was wir wahrscheinlich schon alles gehört haben und ähm sie ähm hat ihm aber entgegengewirkt und hat gesagt wenn du nicht so wärst wie du bist hätten wir uns nie kennengelernt und da hat er dann letztlich auch zugestimmt aber ihn verwundert ist warum er immer an von von der füchsin träumt und warum er immer an seinen vater denken muss also irgendwas ist da im busch ist da oben was? nee so ich hoffe die nächsten erinnerungen werden leichter es wäre halt einfacher wenn der text halt stehen bleiben würde dann könnte ich euch das besser ähm übersetzen als so aus der erinnerung aus ich habe halt so ein kack gedächtnis weil es ist so sinngemäß hast du es noch im kopf ah ja aber das so wieder zu geben dass man es auch komplett versteht ich bin gerade irritiert hier sind keine erinnerungen gar nichts mhm ok ähm das ist halt das schwierige und ich glaube das ist gar keine ebene sondern wir haben einfach das gras nicht gesehen ja hier ist alles grün ok es ist also keine steinige gegend aber ich wundere mich wo diese ganzen sternchen sind ich habe dann immer angst irgendwo hinzugehen und dann was zu verpassen dann was? oh ach so na hätte ich das gewusst dann hätte ich bei der nächsten Aufnahme noch äh noch die paar Meter gespielt oh voll schön hier das ist bisher das schönste was ich gesehen habe in dem Spiel oh na toll ähm die Sterne führen uns hier hin aber ok ich gucke mal eben ob hier im Wald noch ähm Sternchen sind aber scheinbar nicht so da hinten blinkt's das ist die Sonne das ist eine Matratze ok oh seht ihr das da? direkt äh geradeaus was so nach oben geht ich habe tatsächlich diese kleine Etappe die ich ja nochmal neu spielen musste ähm hat er ja nicht gespeichert und ich bin eigentlich durchgerusht also ich habe mich jetzt nicht großartig darum gekümmert die ganzen Sterne einzufangen es fehlen also welche ist okay trotzdem möchte ich hier welche einfangen es ist so schön hier und auch die Musik ist so toll eigentlich will man gar nicht reinquatschen das hat geklappt oh Gott ich bin für Jump'n'Runs nicht gemacht also bin ich schon echt happy dass das hier halbwegs funktioniert so äh geh hoch so oh ah hat geklappt okay das nächste ist das nächste ist hä hä wieso verstehe ich das nicht ah ähm okay jetzt leuchtet der okay muss ich jetzt Steine zum Leuchten bringen boah ey das ist eine Höhe das hält doch keiner aus habe ich jetzt letztens wieder erleben müssen ähm dass ich einen sehr interessanten Job habe und für Fotos manchmal ganz bescheuerte Sachen mache äh und ich dann wieder gemerkt habe dass ich leider nicht mehr 14 bin und ich tatsächlich anfange Höhenangst zu kriegen aber wirklich Angst nicht dass man denkt oh jetzt ist es hoch sondern wirklich Angst und da muss ich dringend was gegen tun weil ich es eigentlich möchte ich gerne auf hohe Höhen und da äh die Aussicht genießen ich finde das immer wunderschön in Videos und auf Bildern und wenn ich das selber nicht kann dann ist das echt schade muss ich mal ein bisschen gegenwirken okay hier ist ein Haus wieder ein Erinnerungsbruchstück ist da was drin also da ist da Müll Müll ist da drin okay wir haben eine weitere Erinnerung wie gesagt äh pausiert am besten auf unserer property da waren old abandone pieces of a shed und car long left unused ich teils schweig von gesamt schweizern haben ich 9 10 20 40 40 40 40 40 an 43 40 40 40 40 40 40 41 40 41 Okay, ich glaube, er spricht schon von Alaska. Er hat seinen Vater wohl oftmals gefragt, was sind das denn hier für verlassene Häuser und Autos und alte Autos. Und er hat wohl so oft gefragt, dass der Vater irgendwann gesagt hat, ja, hier war ein großer Bär und hat sie vertrieben und bla bla. Und das hat er wohl geglaubt. Und dann war an dem Wasser, hat er wohl immer Geister gesehen. Und anfangs war er ziemlich schockiert und dann irgendwann sagt er, okay, das sind normale Menschen wie du und ich, die da einfach so leben. Und ich kann mir da noch keinen wirklichen Reim draus machen, tatsächlich. Ob das jetzt mit den Geistern seiner Fantasie entsprach. Ach, sie hat eben auch geantwortet, oh, da hattest du ja eine gute Gesellschaft mit diesen Geistern. Keine Ahnung. Irgendwie bin ich gerade voll raus. Mann, ich will die Story verstehen. Ich hoffe, ihr versteht sie besser. Dann könnt ihr euch einen Reim draus machen. Das kann natürlich aussehen, dass wir die nur nicht richtig verstehen, weil wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Das sind ja eigentlich nur Puzzlestücke, die wir hier finden. Oh Gott. Yes. Ich liebe diesen Wald hier. Das erinnert... Da hinten ist eine Erinnerung, da müssen wir nicht hin. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Rollenspielzeit. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. 50 Sterne. Ich glaube, das seht ihr gar nicht. Wir haben schon 50 Sterne. Aber ich glaube, es gibt noch 3 Trillarden weitere. Genau, der Wald erinnert mich so ein bisschen an meine Rollenspielzeit damals. Da waren wir auch nur im Wald unterwegs. Und der war wunderschön. Also kein Rollenspiel im Sinne von Ich verkleide mich, sondern es war auf einem Internet-Server und wir haben es geschrieben. Wir hatten also keine Figuren, wie hier zum Beispiel, dass wir damit rumgelaufen sind, sondern wir haben es geschrieben. Und da sind die geilsten Geschichten daraus entstanden. Und da sind die geilsten. Er war sehr nahe, in den Zeiten, in denen ich ihn den meisten liebte. Er hat sich immer wieder aufgerufen. Für ein Jahr lang, er fragte mich jede Woche, wenn wir nach Campen waren. Ich dachte, er war einfach so gross. Eventually, um ihn aufzuhören, ich agreed. Wir kamen aus den Worn-Lawn-Chair aus dem Garage, und setzten ein Cinderblock Campfire, auf dem Ort, die wir immer hinter dem Haus verwendet haben. Wir kamen durch den Worn-Lawn, in der heißen Sonne wir nur ein paar Monate aus dem Jahr hatten. Die drei obsidische Rocken schmerzten auf dem Wasser, fast wie sparklers pressed gegen eine dunkle Fenster. Ich werde nie vergessen, dasselbe stone auf meinen Fuß, oder wie die riesige Mäste sahen, in der Flüge reflektierten. Ich fühlte mich klein, aber glücklich. Als die Sonne sette, mein Vater fand etwas, das ich noch nie gesehen habe für lange Zeit. Das tree, wo ich mein erstes Karven habe, als ich 6 Jahre alt war. Ich habe es nicht sogar Karven. Mein Vater hat mir geholfen, aber ich war es immer noch mein Tree. Was über sehen, dass ich meine Namen da habe, hat mich öffnen, und wir haben alles über die Nacht, in der alten, Camouflage-Tent. Ich sagte ihm, wie viel ich liebe, sketching und design, und wie es wäre ein Traum, zu studieren Architektur in Seattle. Ich sagte ihm, wie ich nicht mit meinen Freunden noch mehr mit meinen Freunden habe, aber dass ich nicht minde sein, zu sein. Er sagte mir, dass er da für mich war. Und er sagte, dass, wenn er alles, dass er mein Name auf dem Baum auf einen Baum, um endlich zu sprechen, er hätte mir geholfen, und er hatte viele Blogs, mit Novels auf dem, in front of my room, jeden Morgen. Ich weiß nicht, warum es mir so lange dauerte, zu erkennen, aber es war dann, dass ich wusste, wie viel er für mich hat. Okay. Okay, wow. Im Grunde, ist das hier nur, dass der Vater ihn niemals aufgegeben hat. Er hat wohl, also der Vater hat ihn öfters gefragt, ob sie mal campen gehen sollten, und er als Teenager hatte einfach irgendwann keinen Bock mehr, und hat einfach zugesagt, damit der Vater Ruhe gibt. Und dann sind sie da durch den Wald gelaufen, und durch die Natur, und tatsächlich war es wohl atemberaubend schön, und er hat sich ganz klein gefühlt, aber glücklich, dankbar. Und dann haben sie wohl einen Baum gefunden, wo er als Kind seinen Namen reingeschnitzt hat, beziehungsweise der Vater hat ihm wohl damals geholfen, da war er wohl sechs, und das war der Auslöser, dass er angefangen hat, mit seinem Vater wieder zu sprechen, und sich mit ihm zu unterhalten, dann am Lagerfeuer oder im Zelt, dass er es liebt, zu zeichnen und zu designen, und in Seattle arbeiten möchte, dass er sich mit seinen bösen Freunden, sag ich jetzt mal, die ihm nicht gut tun, dass er sich mit denen nicht mehr trifft, dass er aber kein Problem hat, allein zu sein. Und der Vater war wohl sehr erstaunt, und hat auch Scherze gemacht, so der Baum, wo dein Name drin ist, hat jetzt ausgereicht, dass du mit mir sprichst, und hat dann gescherzt, ja, dann werde ich ganze Baumstämme mit Romanen jeden Morgen vor deine Tür legen, einfach damit wir wieder miteinander sprechen. Ja. So kann's gehen. Ist das hier der Baum? Ja. Joseph. Ja. ungkin